Heute Nacht gegen 3.30 Uhr kam es zur Sprengung eines Geldautomaten im Stadtgebiet Oldenburg. Zeugen haben vor Ort ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit flüchten sehen, was im weiteren Verlauf dann zunächst auf die Autobahn 28 gefahren ist und dann erstmal aus der Sichtweite war. Im weiteren Verlauf, relativ zeitnah, wurde ein verdächtiges Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der B213 zwischen Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West gesichtet. Und zwar gesichtet heißt, dass der Kontakt auch da nicht gehalten werden konnte. Ganz kurze Zeit später im Ortskern von Aalhorn ist dann ein Fahrzeug, bei dem es sich um das zuvor Gesichtete gehandelt hat, hier angetroffen worden und zwar mit Unfallschäden. Personen wurden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug angetroffen. Wir haben umfassende Suchmaßnahmen und Fahndungsmaßnahmen umgehend eingeleitet. Es waren eine Vielzahl von Polizeikräften in diese Maßnahmen involviert. Und die hatten zum aktuellen Zeitpunkt gegen 8.40 Uhr zur Folge, dass wir bei zwei Polizeikontrollen insgesamt acht verdächtige Männer festnehmen konnten. Die sind aktuell in unterschiedlichen Dienststellen, werden dort untersucht. Und gleiches erfolgt hier im Hintergrund mit den Spuren am Fluchtfahrzeug. Ob ein Tatzusammenhang besteht zwischen den angetroffenen, vorläufig festgenommenen Personen und der Sprengung in Oldenburg ist Gegenstand der aktuellen Ermittlung. Wir haben hier im Hintergrund das Fluchtfahrzeug, an dem die Spuren gesichert werden. Gleiches gilt für die Spuren bei den vorläufig festgenommenen Personen. Gleiches aber auch am Geldautomaten, der von der Tat betroffen ist. Und die Auswertung dieser Spuren muss ergeben, ob ein Zusammenhang zwischen den angetroffenen, vorläufig festgenommenen Personen besteht, dem Fluchtfahrzeug und der Tat in Oldenburg.